Musik Herzlich Willkommen bei VoxTron auf der Calls in the World 2012. Die ersten zwei Messetage liegen hinter uns und ich möchte Sie auf einen kleinen Rundgang auf unseren Messestand einladen. Musik Unsere Besucher haben in diesem Jahr die aktuelle Version der VoxTron Communication Center Software gesehen. Diese Software steuert die Kommunikation im Unternehmen und leitet alle Kundenanfragen zum jeweils best geeigneten Mitarbeiter weiter. Diese Kommunikationskanäle waren früher klassisch definiert als Telefon, Fax, E-Mail dazu und mittlerweile geht es um die gesamte interne und externe Kommunikation. Das heißt also von außen strömen neue Social Media Events in das Unternehmen ein. Facebook, Twitter und so weiter sind in aller Munde. Es gibt interne Ereignisse wie eingescannte Post, wie Alarme, wie andere Kontakte, die im Unternehmen intelligent verteilt werden müssen. Darum kümmert sich unsere Software. Mit der Erweiterung des rein textbasierten Chats um Audio- und Videofunktionen stellen wir Unternehmen ganz neue Möglichkeiten der Kommunikation mit ihren Kunden zur Verfügung. Im Live Call Center haben wir am Beispiel des neuen Flughafens Berlin-Brandenburg, der im Juni 2012 eröffnet, gezeigt, wie Kommunikation heute laufen kann. Das heißt, ein Besucher der Webseite hat alle möglichen Kommunikationskanäle zur Auswahl. Er kann einen Rückruf wünschen, er kann sich per E-Mail an das Unternehmen und auch sich per Webchat und Videochat mit dem Flughafen Berlin-Brandenburg in Verbindung setzen. Ich hoffe, der Rundgang auf unserem Messestand hat Ihnen gefallen. Wir sehen uns sicherlich im Jahre 2013 auf der Call Center Wallbieder mit spannenden Neuheiten rund um das Thema Kundeninteraktion. Voxtron. Einfach sympathisch. Voxtron. Einfach sympathisch.